Dann haben wir die Mördel-Mischmaschine angeschmissen. Weißt du, dieses Geräusch, dieses Brrrr, diese Unwucht, Brrrr, Brrrr. Ich merke die Männer darin, ha 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 ha. Jetzt der Hemm, ha ha ha. Aber nicht nur die Männer reagieren drauf, auch die Frauen. Die Frauen reagieren ja schon auf das Wort. Mördel-Mischmaschine. Mördel-Mischmaschine. Das ist ja ein erotisches Wort. Mördel-Mischmaschine. Ich glaube sogar, es ist das erotischste fränkische Wort, was es gibt. Mördel-Mischmaschine. Ha 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 ha. Habe ich es nicht gesagt? Aber das ist so ein schönes Wort. Habe ich mir gedacht, da drübe mache ich mal ein Lied. Es ist natürlich ein Reggie-One. Mördel-Mischmaschine. Ich habe Mördel-Mischmaschine. Und die steht in meinem Keller drin. Ich habe Mördel-Mischmaschine. Und bin ich ja mal traurig. Und alles macht keinen Sinn. Dann gehe ich nun in den Keller. Zu meinem Mördel-Mischmaschine. Dann kann die ganze Welt mitmachen. Jeder ist aff. Denn ich lasse mein Mördel-Mischmaschine laff. Und sie macht hey, ja, baff. Und sie macht hey, ja, baff. Und sie macht hey, ja, baff. Mein Mördel-Mischmaschine. Ich habe Mördel-Mischmaschine. Und die steht in meinem Keller drin. Ich habe Mördel-Mischmaschine. Bist du, da red ich mir zwei Stunden lang ein Wolf. Und dann machst du einmal. Dann geht die ab wie Schmitz-Katze, ja. Es war so ein schönes Lied. Aber ich komme wieder nahe, komme wieder nahe. nur wegen dir. LALALA, Mördel-Mischmaschine. Und sie macht hey, ja, baff. Und sie macht hey, ja, baff. Und sie macht hey, ja, baff. Mein Mördel-Mischmaschine. Applaus